Der Lassoknoten ist ein Knoten, der in die Lassos der amerikanischen Gaube gemacht wird. Ziel ist es, ein möglichst rundes Auge zu erhalten. Dazu wird in die Leine ein Überhandauge gelegt, das Arbeitsende von oben in das Auge gesteckt, über die Part des Auges geführt und zurück ins Auge gesteckt. Zugezogen, Lassoknoten. Für ein Lassos wird dieses Auge natürlich kleiner gemacht.